Yo, servus Leute, jetzt für mich den Güterdurchfahrt in Großkotzenburg Leute, das ist der BR 185er 196-3-Zug ist es Leute, da ist er schon. So Leute, ich hoffe es hat euch mein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert mich, ich habe es auch in den Kommentaren, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, ciao.